Als Jesus getauft wurde, empfing er erst da den Heiligen Geist oder hatte er den schon von Anfang an? Wurde er zum Zeitpunkt der Taufe gezeugt als Sohn Gottes oder bereits als der Heilige Geist Maria überschattete? When Jesus was baptized, did he only receive the Holy Spirit then or did he have him from the very beginning? Was he conceived as the Son of God in the moment of his baptism or when Mary was overshadowed with the Holy Spirit? Okay, so in this question, we can answer it in two parts. Der erste Teil, da geht es um die Empfängnis von Jesus. Wir können da deutlich sehen, dass er als der Heilige empfangen wurde. Gemäß Lukas 1, Vers 35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Amen. So hier, you notice, it says that the Holy One, which was to be born, will be called the Son of God. So there, there was already the approval and the seal that he was already a Son of God as he was being conceived. Also schon bereits dort bei der Empfängnis haben wir hier die Bestätigung dafür, dass er bereits der Heilige war. Ja, aber wenn wir dann Matthäus Kapitel 3 und 4 anschauen, wo wir auch die Wassertaufe von Jesus ansehen, und wir sehen, wie der Heilige Geist auf Jesus' Schulter herabkam in Form einer Taube, Das war wie eine Bestätigung seines Auftrages. Weil es war schon geschehen, und es war dort dann geschehen, damit die Leute, die vor Ort waren, sehen konnten, wie er bevollmächtigt wurde, oder in ihm diese Kraft hineingegeben wurde, für den Auftrag, für den er berufen war, den zu tun. Weil danach ging er dann in seinen Vollzeitdienst, was der Grund war, wofür er geboren wurde. Amen. Amen.